Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen mal rein Leute. XRP heute bei 39 Cent, das heißt also der Preis wieder 3% gestiegen. Insgesamt wieder ein bisschen positiv hier für XRP. Klar 3% sind nicht die Welt, aber der Markt ist insgesamt wieder sehr grün. Wir haben hier teilweise 15% hoch bei Augur und Bitcoin auch wieder 1% hoch. Deswegen sind entsprechend die Altcoins dann auch wieder ein wenig nach oben gegangen. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von XRP Crow und hier geht es einmal um die Travelex Bank, denn die ist jetzt mit Ripple gepartnert, um ihre Cross-Border-Payments bzw. Cross-Border-Flows, wie sie es hier nennen, für Kunden zu verbessern, indem sie Ripples On-Demand-Liquidity-Service nutzen. Also ein weiterer On-Demand-Liquidity-Kunde. Natürlich ein nettes Puzzlestück hier wieder, was sich weiter einfügt in das ganze System. Diese Partnerschaft markiert den Start von Krypto-ermöglichten Zahlungen in Brasilien. So wird es hier beschrieben und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir haben hier nochmal ein kleines Statement von dem Business-Developer Jao Manuel von Travelex und hier haben wir halt eben eine neue Partnerschaft. Generell hat die Travelex Bank 20 Jahre Erfahrung, schon mal gut, und dann hier über 5 Millionen Kunden bedient, 120 Stores in Brasilien sind damit versorgt und 5 Billion, also 5 Milliarden an Geld irgendwie gehandelt pro Jahr. Von daher also ziemlich, ziemlich nice und kann man hier einmal nachvollziehen. Dann geht es weiter von Stefan Huber und er hat hier einmal ein Argument aufgegriffen, dass immer viel gebracht wird, wenn es um die Dezentralisierung oder Zentralisierung von Coins geht. Das heißt also, wie dezentralisiert oder zentralisiert ist ein Coin? In dem Fall hier einmal angeblich der Centralized XRP Ledger und tatsächlich hat er hier einmal ein paar interessante Statistiken rausgesucht. Zum einen geht es hier einmal um Ethereum und den ganzen Verlauf vom Ethereum GitHub. Da haben wir insgesamt 8100 Commits, also quasi 8100 Mal wurde Code hochgeladen, von 133 Personen insgesamt. Auf der anderen Seite haben wir dann den XRP Ledger mit 12700 Commits, also 12700 Mal wurden Dinge hochgeladen, Code hochgeladen und insgesamt waren 102 Leute daran beteiligt, also 102 Entwickler. Wir sehen also, die Differenz ist da auf jeden Fall nicht wirklich groß. Klar, 20 Entwickler machen schon was aus, aber es ist jetzt nicht so enorm der Unterschied und teilweise haben diese anderen Entwickler eben auch noch da deutlich mehr Commits gemacht, was natürlich erstmal jetzt nichts Gutes oder Schlechtes heißen muss, aber da ist auf jeden Fall mehr Bewegung drin, das kann man schon sagen. Und eigentlich geht es hier auch um den Punkt, dass Konsensus damals behauptet hat, dass Ethereum sehr dezentralisiert ist mit Hunderten von Entwicklern und dann sagt er hier, wenn man aber wirklich mal in den Code und in das Repository quasi reinschaut, dann sieht man, es sind nur in Anführungsstrichen 133 Entwickler und 10 der Entwickler schreiben davon 70% vom gesamten Code. Das Ganze ist tatsächlich also nicht so dezentralisiert wie behauptet. Hier, Hunderte von Leuten kann man sogar nicht mal sagen, weil ich sag mal, bei 200 Leuten könnte man sogar noch sagen Hunderte, da in dem Fall aber sind es halt leider nicht mal 200. Dazu würde mich auch mal eure Meinung interessieren, sagt ihr, oh, das geht gar nicht, da müssen auf jeden Fall noch mehr Leute dabei irgendwie mitentwickeln und das Ganze noch irgendwie in der Tiefe verbessern oder sagt ihr auf der anderen Seite, nee, das passt eigentlich schon so, die Leute sollen sich eher auf andere Dinge fokussieren und das reicht, wenn, ja, 100 Leute ungefähr, würde ich sagen, da irgendwo mit teilnehmen an der Entwicklung. Da geht es weiter von IN und er spricht hier über den Binance CEO CZ. Ich glaube, wir kennen ihn mittlerweile alle. Und hier geht es einmal darum, dass es großen Einfluss haben könnte, sehr großen Einfluss, sagt er hier, wenn Binance US-Dollar als eine Security, also als eine Aktie gilt von, in dem Fall wahrscheinlich, Binance. Das wäre natürlich der Fall und das glaube ich auch, es hätte schwere Folgen, gerade für den Stablecoin-Markt im Kryptobereich. Auf der anderen Seite finde ich es aber wieder ein bisschen schade, dass er eben erst jetzt da so ein bisschen drauf kommt, so dieses Problem, oh, wir hatten schon seit zwei Jahren jetzt irgendwie ein Lawsuit, also eine Klage, die die ganze Zeit läuft und wo, ja, theoretisch genau auch gegen diese Interessen entgegengearbeitet wird quasi. Aber das ist ja alles nicht schlimm, da muss man sich jetzt nicht wirklich zu äußern. Und auf der anderen Seite geht es mal gegen den eigenen Stablecoin. Dann ist sofort, oh ja, also wenn das jetzt passiert, Leute, ihr wisst, dann hat das hier verheerende Folgen, verheerende Ausmaße. Ja, ist natürlich so ein bisschen schade, aber er hat natürlich recht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein gewisses Absichern sein, so in Richtung, ja, Leute, wenn ihr das jetzt kaputt macht, dann geht es natürlich komplett weg ab, auch mit Binance und so weiter. So ein bisschen so wie so eine Art Self-Filling-Prophecy, wenn ihr wisst, was ich meine. Und als Reaktion auf diese ganze Thematik medial wurden dann auch schon ungefähr eine Milliarde Dollar irgendwo umgetauscht und gewechselt. Also quasi die Leute ziehen das Ganze eben runter. Das sieht man hier einmal schön. Das heißt also, natürlich wurden da entsprechend viele Millionen Dollar dann abgezogen. Dann geht es weiter von Stefan Huber. Und er sagt hier einmal, komisch, dass Coinbase aktuell an XRP-Transferen arbeitet, während das Asset gar nicht mal auf der Wallet und so weiter verfügbar ist. Also tatsächlich kann man das ja gerade gar nicht richtig nutzen. Man kann es auch nicht kaufen bei Coinbase. Es ist ja schon seit wahrscheinlich anderthalb Jahren mittlerweile jetzt angehalten, das Trading. Das heißt also hier die guten News. Also es ist natürlich ein bisschen komisch. Wie gesagt, hier also einmal Wartungsarbeiten im Endeffekt für ungefähr eine Stunde, in der man dann XRP weder empfangen noch verschicken kann über diese Coinbase Pro Wallet oder Coinbase Wallet einfach nur. Also irgendwie scheint Coinbase das Thema dann doch nicht loszulassen, während sie eigentlich die ganze Zeit behaupten, na nee, XRP, das ist uns zu heikel hier. Dann geht es weiter von Utility for the Win. Und er hat hier einmal einen sehr guten Thread meiner Meinung nach zu dem Thema, was ist eigentlich ISO und wie hilft es quasi im Bankensektor jetzt spezifisch. Wir sprechen also hier über die ISO-Normen 20.022 und das ist natürlich eben speziell für Cross-Border-Payments oder generell für den Finanzsektor ausgelegt. Ich sehe teilweise immer noch ein paar Unklarheiten einfach darüber, was das Ganze ist und ich wollte einfach nur ein kurzes Beispiel geben, mit dem man das glaube ich super versteht. Allgemein ist ISO erstmal ein Standard, das heißt eine Art Richtlinie bzw. Struktur, an die man sich halten sollte, um kompatibel mit anderen Transaktionsnachrichten zu sein. In dem Fall haben wir hier zum Beispiel eine Adresse und wenn ich jetzt an irgendjemanden zum Beispiel Geld schicken möchte und seine Adresse eingeben muss, dann haben die meisten, in dem Fall Banken beispielsweise, drei Linien hier. Das heißt, am Anfang gebe ich zum Beispiel die Straße hier irgendwie ein, danach habe ich dann solche Dinge wie Ort und Posterzahl beispielsweise. In Zukunft wird es aber so sein, dass bei der ISO 20022-Norm diese Dinge nochmal deutlich aufgesplitteter sind, wie man hier zum Beispiel sieht, Straßenname, Building Number, Building Name und so weiter. Und in diesem Format muss es quasi in Zukunft eingereicht werden, damit es überall kompatibel ist. Das heißt, ich wollte einfach so ein bisschen diesen Mythos darum wegnehmen, so dieses Thema, oh ja, es gibt ein paar Coins, die sind ISO-zertifiziert und manche irgendwie nicht und die werden es nie sein oder sowas. Nein, also wenn natürlich bei Transaktionsnachrichten, bei Messages quasi, so eine Struktur eingeführt werden kann, dann kann der Coin natürlich auch in gewisser Weise ISO-zertifiziert werden, auch wenn es mit Sicherheit aktuell noch eine gewisse Frage des Geldes ist. Denn wenn man in irgendwelchen Räten beitreten will, wenn man irgendwo was mitdefinieren muss und so weiter, dann muss man natürlich auch am Anfang ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Dann hat Forbes eine 50-DLT-List rausgebracht und haben dann öfter mal Bitcoin, Ethereum und auch Polygon erwähnt und andere Coins bzw. andere Standards beispielsweise wurden da in der Form nicht erwähnt, was gefehlt hat, z.B. Ripple, XRP, XLM, Stellar, Hedera, Algorand, XTC, XINFIN, IOTA und so weiter. Also man sieht das hier und da fragt Guardian of the Light sich so ein bisschen warum und Josi sagt dann dazu, dass natürlich die noch nicht wollen, dass die Leute darüber Bescheid wissen und das Ganze pushen. Also hier in Richtung ISO-zertifizierte Coins, ISO-Normen und so weiter. Also ist immer noch nach wie vor ein heißes Thema und wir mit Sicherheit in der Zukunft noch deutlich an Bedeutung gewinnen. Dann haben wir hier die Digital Pound Foundation, bei der Ripple ja auch ganz groß dabei ist, Hauptsponsor ist eigentlich auch und hier geht es um NFCW. Laos Central Bank launcht ein neues CBDC-Pilotprojekt. Da gibt es schon entsprechend ein CBDC-Projekt jetzt eben und Andrew schreibt dann darunter gepartnert mit Ripple. Also da haben sie auf jeden Fall die beste Connection und das könnte dann eben darauf hindeuten, dass es in Zukunft auch auf Bitcoin läuft. Dann gibt es wohl bald eine neue Version von Xoom. Der Lead-Entwickler hat hier angedeutet, dass bald die Version 2.4 rauskommen soll. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann haben wir einmal Tim, wie er darüber schreibt, dass die japanische Firma FuelHash jetzt XRP als Krypto-Landing anbietet. Sehr interessant. Also deren Krypto-Landing-Plattform und Service. Und am Ende haben wir dann nochmal Elon Musk, wie er ein neues Bild gepostet hat über einen, ja ich glaube Floki heißt das irgendwie hier. Ist das der Hund hier quasi oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest haben wir hier ihn einmal als CEO, der neue CEO von Twitter. Hat dann hier schon direkt ein Dokument quasi unterschrieben und ist jetzt der neue Twitter-CEO. Und ihr könnt euch denken, Leute, natürlich gab es dahin direkt einen Sprung, einen sprunghaften Anstieg hier, entsprechend von Buy Orders. In dem Fall hier bei den Coin Floki. 54% und den passenden Fund-Tweet hier, dass Elon Musk jetzt so ein bisschen von Dogecoin abgewandt hat und vielleicht jetzt bei anderen Coins einmal schaut, was da noch zu holen ist. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal. wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.